jo leute was geht herzlich willkommen zu einem neuen video ja willkommen heute wieder mal zu youtube talk was was wir schon lange nicht mehr auf diesem kanal gemacht haben und heute geht es mal um den like und dislike button der soll nämlich jetzt bei videos disabled werden ich bin jetzt hier gerade wie ihr seht bei community post also die nichts mit nichts mit videos zu tun haben aber community post ist der dislike button schon ziemlich lange disabled also nicht mehr verfügbar wie ihr sehen könnt man kann es nicht sehen wenn man ein dislike gegeben hat das gleiche gilt auch für kommentare das ist aber auch schon länger so ich weiß wo youtube ist noch zugelassen hat kommentare zu disliken da konnte man das auch noch sehen aber das ist schon einige zeit her das geht jetzt also nur noch bei videos ich klicke jetzt mal auf das hier drauf und ihr seht ihr man kann immer noch disliken also die dislikes werden immer noch einem angezeigt aber das soll sich jetzt wohl demnächst ändern das ist meiner meinung nach eine ziemlich schlechte idee denn die dislikes geben uns eine möglichkeit leuten eine plattform oder gar keine plattform zu geben von dem wir den content nicht mögen weil er zum beispiel clickbait ist das wäre jetzt ein argument von mir ich sage euch jetzt noch mal hier kurz einen community post wie gesagt man kann den dislike nicht sehen und so soll es auch bei videos dann im endeffekt aussehen also die dislikes sollen nur noch dem content creator selbst also dem der das video erstellt wird dem soll die angezeigt werden aber den rest der leute die zugucken eben nicht und das lässt eben schlechte videos wiederum noch mal gut aussehen ich weiß was ich youtube dabei denkt oder gedacht hat ich finde es keine gute idee vor allem wie gesagt damit kann man clickbait verhindern bzw leute schon vorwarnen dass das video sehr wahrscheinlich eine zeitverschwendung ist und man sich gar nicht erst angucken sollte geschweige denn kann man sowieso die dislikes und likes bei videos deaktivieren also verstehe ich den sinn dahinter nicht also wie ihr seht so soll das ganze in der zukunft aussehen dislikes sind nicht mehr für die leute öffentlich zugänglich und ich kann es ich kann die entscheidung einfach nicht verstehen warum dann überhaupt noch ein dislike button haben vor allem jetzt bei community post und kommentaren macht der dislike überhaupt keinen sinn weil es niemand nicht mal der content creator selbst sehen kann ja wie gesagt leute das jetzt zeige ich noch mal ganz kurz was von youtube ihr seht hier der youtube rewind der meist gedislikte das meist gedislikte video in ganz youtube youtube selbst hat das meist gedislikte video auf ihrer eigenen plattform vielleicht ist das der grund warum sie den dislike button deaktivieren soll ich meine der youtube rewind ja 19 millionen dislikes 2,0 irgendwas ich glaube 2,9 millionen likes es ist keine gute statistik sieht nicht besonders gut aus für youtube und deswegen ich kann es absolut nachvollziehen warum youtube da definitiv keinen bock mehr drauf hat also wenn wir jetzt die dislike button deaktivieren würden würden hier nur noch die likes also die knapp drei millionen likes angezeigt werden und die 19 millionen dislikes würden nicht mehr angezeigt werden jetzt denke ich wahrscheinlich höher dann zeigt doch die kommentare in den kommentaren kann man das doch sehen ja das ist schön und gut aber die kommentare können ja entweder deaktiviert werden oder wenn umso mehr kommentare man schreibt umso mehr wird der content auch gepusht das gilt dann auch übrigens für schlechten content ja leute ich lasse das video jetzt hier ausklingen ich hoffe es hat euch allen gefallen und ich hoffe ihr seid auch dagegen denn meiner meinung nach ist es wirklich eine sehr schlechte idee und ich würde sagen leute wir sehen uns beim nächsten video was auch immer ich da mache bis dann leute und ciao